Moin, herzlich willkommen zur Samstag Nachmittags Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4-fach Map in der Version 2.1 ohne Gräben. Wir sind dabei mal wieder Cosplay Kurse aufzuzeichnen und zwar um weiter automatisiert Ballen zu pressen, wo wir nichts von mitkriegen und ich fahre jetzt den Kurs vom Feld hier zur Presse, habe ich schon aufgenommen und jetzt brauchen wir nur den umgekehrten Kurs, wieder zurück zum Feld, Grasfeld 13 und dann läuft das alles vollautomatisch. haben wir ja bei Feld, was war das, Grasfeld 14 schon mitgekriegt und bei Grasfeld 13 wird es im Idealfall genauso laufen. So, wir haben fast 11 Millionen, das heißt es dauert auch nicht mehr so lange, bis wir uns das Feld 45 kaufen können. Meine Versuche zum Thema Cosplay habe ich auch noch nicht durchgeführt. Da muss ich unbedingt mal bei. Und... Ballen, G13 von der Ballen,... Ballen, G13 von der Ballen... zack, da muss ich mal eben kurz kommen. Wie habe ich die denn nachher benannt? G14 zu Bowal, G14 Big M. Also ich will ballen, G13 zu Bowal. Dann will ich ballen zu Bowal und dann will ich ballen G13 von Bowal. Ganze nennen wir dann eben G13 zu Bowal und auch den Kurs löschen wir erstmal wieder. Weil, also das können wir auch rausschalten, das Anzeigen der, ja und jetzt müssen wir nämlich erstmal G13 Big M laden und dann im Anschluss den Kurs. Und dafür Da habe ich jetzt hier mal wirklich eine große, eine große Runde und sag mal einstellen, am nächsten passender Wegpunkt. Mal gucken welchen er dafür auswählt. Ja. Und schon macht er es alleine. Na, wenn das nicht cool ist. Ja, er hat wieder durchdrehende Reifen. Warum wohl? Ich weiß ja nicht wo er hin will, aber hier ist er auf jeden Fall falsch. Ja. 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 Ich will erstmal den Verfolger weg machen. Obst und Gemüse, das müsste ja eigentlich hier drin sein. Mist. Gut. 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 Ah, da wurde ich ja hin, da wurde ich ja hin. So, aber es gibt natürlich auch ein bisschen erstmal was. Ja, da wurde ich ja hin, da wurde ich ja hin. Ja, da wurde ich ja hin. Also, da wurde ich ja hin. Ja, 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 ich komme mir hier auch voll doof vor, ich weiß. Ich komme mir nicht nur voll doof vor, ich bin voll doof. Jetzt hänge ich auch noch fest, ey, ich werde weich. Mann, 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 ey. Ich war auch sehr leise, ne? Ich habe lange nichts gesagt, ich weiß. So. So. Den haben wir. So. Den hier irgendwie wegkriegen. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Nicht schön, aber selten. So, der hier muss jetzt mal Richtung Hof fahren. Lager zum Hof habe ich noch keine über einen Überfüllungskurs. Okay. Na dann, nehmen wir mal einen. Einen auch, würde ich sagen. Ja, die Zeit ist um, aber den Kurs machen wir noch zu Ende. Da wird gar nicht groß lange gefackelt. Jetzt haben wir einfach gemacht. Wir nehmen natürlich hier die Abkürzung. Wie sieht es denn da hinten aus? Auch alles voll. Kann man auch mal abholen. Unser Follow Me hat es nicht geschafft. Scheinbar. Ja. 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 Ja, da sind wir auch schon beim Hof und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne wieder rein. Was haben wir denn heute für einen Tag? Heute ist Samstagnachmittag und heute Abend gibt es einen Livestream und dann nächstes Wochenende gibt es keinen. Und ich kann es auch mal sagen, wenn ich 1000 Abonnenten erreicht habe, gibt es einen 10 Stunden Livestream. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich bei euch und sage entweder bis heute Abend oder bis morgen. Ciao! Ciao!